Ein Anime durchgesuchtet, muss ich schon fast wieder sagen. Das waren 26 Folgen und ich habe sie alle jetzt morgen durchgesucht. Ich war gestern Samstag bis um 5 Uhr wachen, auf eine Folge nach dem anderen angeschaut. Das war abartig. Ist so teuer, ja, ich weiß schon, die Szenerie ist auch noch nicht. Das Beste... Ein bisschen Geld für... äh, Wasserverschwenderisch. 100 Prozent. So, schon stellen sie sich an. Was ist schlimm mit den Leuten? Ah, okay, ja. Von mir aus... Ja, machst du gut. Und das nächste... Das ist ein bisschen nervig, Mann. Man hat fast erforscht, man hat... Dum-dum-dum-dum-dum-dum. So, mal die mal. Marketing. Ach, komm, mach mal Marketing. So. Ähm... Den technisch typisch wollte ich da nochmal einstellen. Der typisch... Das noch mit dazu. Der typisch... Das noch mit dazu. Ach, genau, ich würde nur sagen, was für ein anehmlich... Ja, gesucht hat. Der Anime, das war... äh, Gate. Und die ersten drei Folgen hab ich auf Deutsch und schon. Die letzten... 23 dann auf Japanisch. Mit Deutsch und Titel. Weil die sind noch nicht ganz auf Deutsch draußen. Aber war ganz schön, hat mir gefallen. Das sind genau so Animes, was mir gefallen. Mal schauen, ob ich heute auch nochmal einen anschau. Dabei, ich sollte euch ein halbeschirm aufnehmen. Natürlich, über Verfasching... Äh, nicht dazu kommen, wer hätte es aufzunehmen. Sollt ihr jetzt dafür ordentlich aufnehmen. Hm, schauen wir mal. Wow. Für das Ding 16.000. Und noch mal kommen wir echt hier verarscht vor mit den Preisen. Die sind noch spaßig aus, also. Aber manche Bahn, die sind echt lachhaft. Naja, gut. So. Hm. Ich bin grad noch im Überleben. Ob wir irgendwie die Bahn damit einbringen können. Aber scheinbar nicht so wirklich... Oh, sie baut es oben hin. Hm. Können wir jetzt schon hinbauen. Eingang kommt. Dahin. Und da auskommt. Dahin. So. Dann der Ausgangsweg. Dong, 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 dong. Wenn du schon wieder am Glück schon runtergehst. Damit es auch nicht zu bescheiden ausschaut. Nein, das sieht... Wir scheiden aus. Ähm. Wenn wir jetzt hier entlang gehen. Dong, 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 dong. Dong. Da hoch. Da dann gerade. Oh. Sieht ganz schön aus. Das gefällt mir so. Und jetzt hier den Eingangs... Weg. Weg. Ups. War doch vielleicht ein bisschen zu weit. So. Dann hat der Premium Pass wird aktiviert. Da einmal hin. Ja. Klasse. Weg, 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 weg. Äh. Weg. Eingangsweg. So. Und... Noch einmal. Jetzt hat er aber... Tak, 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 tak. Nein, da will ich nicht hin. Nein. So. Genau. So. Dann... Gehen wir hier ganz knapp entlang. Ne, das war zu tief. Perfekt, so will ich das haben. Premium Pass, Eingang. Und der Ausgang. So, jetzt hört. Jetzt sind das Ganze hier ein bisschen vor, Mann. So. Dann da entlang. Und runter. Oh. Ups. Dann eben klickt. Klickt. Dum 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 da 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 Dawn та da ta ta da tam da da bam da dam da zu bam 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 Ja, mit Quellkar, das Lied. Huh. Schon ne Prozent? Okay. Ich weiß ja nicht wie. Ah. Deswegen. Okay. Eröffnen. das heißt aber auch jetzt müssen wir das dinge auch wieder öffnen und die natürlich auch sagen der saubermann typi soll das ding damit dazu nehmen und der technik fuhr sie hier sollte er auch noch den daten hier zu nehmen da brauchen wir einen neuen ein sauber zwei ja sehr glücklich wenn ich erst auf die tasche kommen sauber nein nicht noch mal irgendwie sollte ich die woche über nicht so mein tag irgendwas zu machen ich weiß nicht wie oft ich mich jetzt geklickt habe aber eindeutig zu oft nein dem ich nicht ich will den laden und den da oben haben und einen technik 2 technisch versierte kompetente leute 2 der und der laden hier gut dann werden wir wohl oder über jetzt noch mal ein von denen hier einstellen und einen von denen hier oder fand ich auch in den zug mit ne fand es nicht okay gut gut zu wissen aber die damit nicht mitfahren die fahren nicht mit dann kommt der sauber 2 der technik 2 ok so und da fällt ein paar fahrgeschäfte mit hinstellen ein paar mülleimer die zeit ist echt mein tag meine zeit ist so mein schädel ich weiß auch schon zu mir was es sagt das ist echt ja machen wir noch ein wunder wenn irgendwas richtig so was sagen kann oder rauskriegt aus dem mann ist die falsche müheimer sind die was brauchen so und so fand auch ein paar leute die fahren gehen da wieder runter vor wieder mit dem zug als weiter so so jetzt gehen die leute rein oder das ist nicht genial bis die leute draußen sind dabei fährt die leute weiter schließen allgemein mal betrachtet warten kurz zug zug anzahl die runde auf 2 testen dann wieder einig für 1 0 gut zu wissen ich sitze zurzeit auch ganz komische dran wieder richtig drehen öffnen alle jetzt sollten es jetzt warten es wahrscheinlich ein bisschen länger aber dafür sollte es auch funktionieren jetzt hat zwei züge die einfach stehen bleiben okay jetzt gehen die leute wieder rein ähm spitze jetzt okay stationen beliebig besetzen abfahrtsintervall stationen nicht blockieren maximale warte zeit machen wir auf ja kann man nicht so lassen gut lass mal einfach mal so ja so zu passen okay oh geld fließt die leute sind auch glücklich hoffe ich zumindest so von 75.000 boah jetzt kommt mich hier kommt noch was hinstellen und dann wird es langsam eng zwischen hier ist der weg durch jetzt